Oh nein das ist ein bisschen ärgerlich aber es ist egal wir kommen übrigens nicht an richtigen fahrrad leider nicht an richtigen paar verletzt bei dora möhren story of seasons leider nicht meine freunde weil ja kleines problem wie ich sehe wo das nicht gespeichert das ist sehr ärgerlich und nicht ja es ist eigentlich meine freunde da habe ich jeden fall das war ja nicht ich bin dieses jahr also es hat ehrlich dass ich das ist nicht gespeichert wurde weil ich musste ja auch zeller aufnehmen auch gesagt aber ich wollte ja auch nämlich muss ich nicht ich will aufnehmen sorry also spaßlich ich also ich nehme mir aber immer was vor und dann will ich immer und dann dann werde ich mal gezwungen von mir selber war nee das ist ja alles genau okay dann habe ich gemacht ja was soll ich sagen meine freund ich wäre es nicht ich werde es auf keinen fall mit ausland diesen ganzen geilen scheiß der war echt ganz gut also es war ganz schön gut meine freunde keine frage aber ich glaube ich wollte ich glaube nicht ich glaube ich glaube ich wollte nicht noch mal dass ich das jetzt immer als vorne machen das wollte damit nie erst gar nicht mehr nach wenn die ist einfach das video noch mal so also zwei zehn bis elf minuten machen meine freunde würde ich sagen der resten mache ich einfach alleine okay das so gut zu nehmen meine freund ich hoffe ich habe nicht ganz so böse aber ja was soll ich sagen kann ich nicht wenn ich nicht verfolgen werden das halbisten doch was die freiwillig egal ist weil ich ja ich spiele ich spiele das spiel ich spiele ich spiele so lange bis ich weiß auch nicht meine frage ich halt wenn ich da auch ankommen will wo ich auch mit euch zuletzt ist auch ankommen okay genau das kann auch für sagen mein freund ist egal es wird zwar noch ganz viel erleben also ich werde das erleben ich werde noch mal als ohne euch leben am bein ist okay ist okay wir tun das gar mein freund egal da können wir wissen wollen es ist gleich frau mit drauf sonst ist okay so hey du ja hallo ist gut hallo ich habe euch ja frau mit der hallo wir können auch mal ohne springen machen guter machen wir uns sprechen also zuletzt sind jetzt zu uns sprechen dann bilder wir vor uns ist groß frau ist auch sehr oder schön und nebenbei dringend mein neuer mein neuer fand ich nehme die neue freunde da kuchen gericht in der kategorie nach orange aber ich merke auf jeden fall auf die origine kann die mit dem auch origin lassen frucht steuig kohls und heiliges steckers geschehen ist lecker also kann man auf jeden fall können meine frau ist sehr gut alles klar war ich bescheid ja ist egal kann man nicht machen auch sie gar nicht okay wer jetzt kann ich ja alles brechen das kohle drauf hallöchen als da war ich hatte die mama jeder ist der rammel sorry du bist mach es ein wunder warum siehst du so an gesicht mache ich nicht ich denke nur intensiv über etwas nach okay als dabei ist ja ganz schön sehr gut dann hast du gerade einen kompletten ausser was ich habe mir eine tolle die wir zum projekt überlegt was heißt meine freundin ob ich war schon sogar holla entschuldige kumpel daran habe ich gar nicht gedacht wie unruflich erst okay schon okay hier sim martha dann hier und denkt die etwas tolles aus mache ich auch also ich muss euch mal etwas ganz gut sagen man nicht freund ich muss aber eben was euch ganz zu sagen meine freunde es wird heute nicht mehr als auch zwei folgen nehme ich werde versuchen zuerst ich werde morgen zuerst versuchen sogar drei frau hochzuladen ich bin noch nicht sicher meine fremd ob ich es morgen schaffen werde also wenn ich halt morgen nicht drei folgen holen werde tötet ich bitte nicht ich mache ja auch spaß und auch als auszeit gründen und ja wie gesagt ich werde versuchen morgen weil ich kann wenn ich wie gesagt nur schaffe weil ich vielleicht morgens verloren drei paar zu auf einem auszunehmen die zirka drei parts auch auf youtube oder das werde ich auch was sie war das ist ja auf jeden fall versuchen meine von der jahr zu machen es wird ja auf jeden fall versuchen auch hochzuladen und ich werde das buch einfach hat es schaffen und so ich wäre war ein bisschen zu spät zum spiel ich bin halt gestern ein bisschen zu spät zu den game bekommen ja aber egal heute habe ich ein problem mit diesem problem weil ich halt nicht wusste ob er nicht gespeichert wird heute hätte ich ja auch gerne drei projekte aber heute will bei mir jetzt nicht mehr gönnen weil ich ja leider nicht gespeichert so kommt ich habe nicht gespeichert bekommen ab sie gar ich frage drauf so ist gar nicht frau ich war meine freunde ich verhofft ja aufs laber jetzt hier ist es auch also genau das frau mit auch sehr gut ich kann auch einfach hier das event auch überspringen aber ich möchte trotzdem machen bei ihm klingelt als wäre ich kein bisschen kreativ mir fällt absolut nichts ein vielleicht ist ein bisschen das würde auch gut helfen ich glaube ich doch würde sagen schon dieser ort dieser heute mein traum war sehr spannend da will ich hin okay alles klar was die mutter ok jetzt die mutter von von nur peter sorry du bist du hast du deine hausegaben gemacht nur wieder er hat ja 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 hab ich gemacht gut schlafen du musst her hausegaben machen 12 ich würde sagen drei auf 13 10 10 10 auf mal jetzt auf einen klappen nicht besprechung okay also jetzt ohne mal noch zu sagen ich habe mich anweskontriert auch das ganze gelaber ja nicht ohne mich immer nur mit mir oder auch mit ein gelaber aber egal alles klar ja gut okay ich musste ich muss das beste projekt überhaupt machen so aber jetzt kann ich jetzt kann ich zehn nicht reißen und zehn aufgaben und sagen also ohne halt das zu sagen meine ich aber es egal okay ich habe angefangen ja gut also um fährt sie halt egal Untertitelung des ZDF, 2020 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 würde es nicht er muss hier sein lasst ihn uns suchen gehen oder auch nicht als sie mal verlösen waren die danke für uns egal ist okay so haben wir wo warst du dann normales bündchen hat sich mein apparate gestatt und das ganze gar nicht ich habe es aber dann taucht ein riesenbär auf und ja was soll sagen scheiße ein bär das sind schrecklich ist gut alles gut aber egal aber deine apparate wurden gestohlen du hast aber noch was mit dem wir nach hause kommen oder ja ich glaube nicht aber klar so genau bis dann doch an die produkte vollkommen oder wir müssen mit dem ufer wir müssen den ufer nicht nach hause gehen ist egal ich freue mich drauf lassen mal sehen dass man sie die überall ihn hin für diese mir scheint wir werden noch eine weile hier ein aufer in der anzeigen okay sagt dass das nicht und es wäre schön zu wissen wo wir überhaupt sind egal ich erkenne diese ordnung da was egal vielleicht brachte uns der strom in einen ein super land land das ist eine möglichkeit aber die dieser sturm ja das war vielleicht eine krümmung in zeit und raum er sagt glaube ich auch aus egal es kann sein dass wir in einem anderen zeitalter geladen sind und meistens schon das war ein verrückter sturm aber wie kann uns ein und wird er durch die zeit teleportieren ich habe ein ich habe etwas seltsames gesehen als wir hochgewebe würden etwas sagt mir dass das ein zeitloch gewesen ist okay interessant heißt das dass wir nie zurückkommen werden auch hilfe egal was ist mit deinen zeitgürtel ist verloren was machen wir bloß also erst mal schauen wo wir sind okay richtig herum sitzen hilfe oder auch nicht weiter was haben wir für eine andere wahl auf geht es genau wie auch sagen auf geht meine frau auf geht genau ja aber wir machen erst mal jetzt nicht mehr weiter hier meine freunde das gewesen sein denn so nicht mit der folge also ich meine ist also es ist das zweite mal wir sind dann mal nicht mehr da bin wo auch alles angewiesen sind okay bis dann ist mein langschirm auf eure oberkaiten schon